So, hier haben wir mal einen kleinen Auszug aus Elis Knetung hier bei der Chiropraktik. Oh, hier haben wir die Knetung hier. Oh, hier haben wir die Knetung hier. Das ist super, 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 super. Und danach geht es ja dann immer wieder richtig gut. Ne, Maus? Ja, das Mädchen. Ja, super. Das ist klasse. Ja, kann ich nur wärmstens empfehlen, das ab und zu mal zu machen mit Kunden, die da Probleme haben. Löst Verspannungen, Blockaden, etc. Oder noch was? Habe ich was falsch gesagt, Frau Doktor? Das haben Sie mir aber gesagt. Gut, okay. So, ja, danach merkt man schon direkt, geht es ihr doch direkt wieder so ein bisschen besser schon. Ne, Maus? Ja. Jetzt ist sie fertig. Auch ja, trotz Spondylosen, trotzdem eben alles sehr sehr, ja, sehr hart ist bei ihrem Rücken. Und dann tut ihr das immer wieder sehr, sehr gut. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Okay, gut, ja. Juhu. Ja, bist du. So, tschau, tschau.